Pro-Aid Yoga ist ein Programm, was sich auf das fokussiert, was beim Älterwerden besser wird. Das Älterwerden ist einfach eine Lebensphase, in der vieles besser wird, in der wir die Jugendsünden hinter uns gelassen haben, in der wir viel mehr bei uns selber ankommen können. Und dieses Programm unterstützt uns darin und hilft uns dabei, liebevoller und klarer auf uns selber zu schauen und auch uns körperlich und mental weiterzuentwickeln. Ich habe zu dem Buch Pro-Aid Yoga vier Yoga-Videos entwickelt. Damit möchte ich dir eine Praxis mitgeben, damit du das, was du im Buch gelesen hast, auch auf deine Matte bringen kannst und wirklich verinnerlichen kannst. Viel Spaß!